So, Eder-Verkehr uns hier rauslässt, weil wir ganz schön Staub produzieren. Alter, wo kam der jetzt her? So, einfach mal rausdrängeln. Alter, stimmt Leute, ich hab vergessen, dass ich mit Kollision fahr. Ich glaube, das ist nämlich wieder eingeschaltet. Na gut, jetzt wo... Wieso fährst du jetzt nicht? Na, was anderes ist hier. Kannst du jetzt mal anständig fahren? Ja, ja, ich muss den Bus mal beiseite schieben, Leute. Sorry. Dieses Spiel ist so geil. Oh, jetzt hab ich den Bus kaputt gemacht. Präpariert. Wir dürfen auch nicht vergessen, Leute, wir fahren mit Kollision. 20 morgen. Ich spiel sonst immer ohne Kollision, weil es spielen mich damit immer abfuckt, aber... Heute machen wir immer mit. Ne? Ja, ja, komm. Ach so, du hast mir eine PN geschickt. Und was soll das sein? Hier ist schon wieder so ein Haltestellenname. Hier ist schon wieder so ein Haltestellenname. 20 morgen. Was ist denn jetzt los? Was haben die Leute jetzt? Verstehe ich nicht. Deine Mutter ist Körperverletzung, du blöde Kuh. Oh, guck mal, Leute. Hallo. Manfred. Ja, steigt aus, ihr Pisser. Ihr nervt eh nur. Boah. Ich glaube, ich hab den Park in das Auto gerammt, kann das sein? Guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich bin doch. Jetzt kriegen wir die Ampel. Die kriegen wir, die Ampel. Ist aber Kirschgrün, Leute. Boah, wie der Bus nach vorne geht. Boah. 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 Zeit, um noch was zu fressen? Ich bin gemein, ne? Rrrr. Nam 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 nam. Dann ist eine Obstfliege im Zimmer, Junge. Die fuckt mich ab. Verpiss dich. Driescher Gässchen. Driescher Gässchen. Oh, geile Haltestelle. Driescher Gässchen. Ich kann das nicht aussprechen, Leute. Driescher Gässchen. 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 Driescher Gässchen. Ne, Gässchen. Oh mein Gott. Ich hab's, glaube ich. Driescher Gässchen. Driescher Gässchen. Ne, Driescher Gässchen. Fuck. Ich hab's fast. Mann. Kann ich nicht einfach F11 drücken? Ja, ja. Hab ich. Ist mir doch egal. Damit die Pisser sich da verpissen. Oh ja. Da wird einer schlecht. Sagen sie mal. Das gibt's ja nicht. Können sie mal ein bisschen ruhiger fahren? What the fuck? Ja, hätt ich's mal gelassen, ne? Ja, was machen wir jetzt, Leute? Nochmal F11? Leute, ich hab'n Plan. Ich hab'n Plan. Nicht diesen, dass man durch die Welt fällt. Pfff. Sondern. Wir haben ja unser schönes, äh, Heckmenü. Sag' ich jetzt mal. Driescher Gässchen waren wir doch zuletzt, oder? Ja, es könnte hinkommen. Boah, Mann. Das funktioniert ja super. Und dann vielleicht so hier. Gut, dann machen wir's eben ganz anders. Dann machen wir den Bus eben weg und holen uns einfach einen neuen her, ne? Das sind halt so Gründe, warum ich um sie halt ohne Kollision spiele. Nur deswegen. Nur deswegen. Nur deswegen, ne? Ah, dein schlechten Fahrstil. Dann fahr Taxi! Blöde Kuh. Ehrlich. Ich denk' die, wer sie ist. Was ist denn das, Alter? Was zum Teufel ist das? Was ist das? Vielleicht jetzt nicht Aachen. Wobei Aachen ist schon schick. Oh! Der hat aber eigentlich... Zum Glück hab' ich gebremst. Aber der hat ja recht, das ist ja rechts von links. So. Ich soll nicht wirklich in die Gasse hier rein, oder? Ich soll nicht wirklich da in die Gasse rein. Mit nem Gelenkbus. Okay. Zum Glück hast du auch ne Einbahnstraße. Jetzt mal gucken, wie gut das funktioniert. Na ja, komm Mädel. Mach hinne! Das, 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 das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich muss nochmal rückwärts. Ich muss nochmal rückwärts. Ich komm' nicht rum. Oder? Also an sich komm' ich rum, aber... Oder? Na? Lenk ein! Wer ist nicht? Ah! Oh mein Gott! Ist das knapp! Alter Junge! Ach du Scheiße! Boah ey! Aber auf den Millimeter, ne? Was zum Teufel! Bist du behindert? Mach dich weg! Ja, besser ist das! Linie V2 ey! So ein Drecksack kann sich nicht mehr hinten anstellen ey! Weil ich doch eh da hier reinfahre! Und ich hab zu spät eingelenkt! Ah! Mist! Aber jetzt müssen wir rückwärts fahren! Das wird sonst nix! Sollte reichen! Und dann lauf halt eben ein Bus, du Trottel! Was zum Teufel! So! Schön hier! Schön haben sie's hier! Oh mein Gott! Ich bin schon wieder zu weit gefahren! Ich hab's auch heute wieder! Ja was soll ich machen! Das Gelenk ist jetzt... Oh ist das eklig! Oh ey! Ist das widerlich! Wie das aussieht! Oh ne! Das kannst es keinem anbieten! Wo ist das pervers? Das Gelenk! Oh! 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 Oh!